ja moin und damit haben wir uns zu kommen zu einer antwort ist ja wir haben gewonnen sie kannst du denn den bildschirm ins ende der letzten folge einfügen nein das müsste viel zu viel schnittarbeit für mich sein kannst jetzt mal annehmen langsam macht doch mal hin und ist er denn eigentlich für einer kroatien so jetzt aber damit wahrscheinlich doch hallo ich weiß nicht das ja auch hier haben gerade ein sieg geschenkt bekommen das richtig damit hier eingefügt hör mal auf mir hier steht arbeit zu menschlich dienst wir brauchen mehr mineralien viel beschäftigter typ sein dafür brauchen wir warum suchen wir jetzt automatisch rein ist das mausrad kaputt mein mausrad ist kaputt aber das habe ich hier schon vor einem halben jahr erzählt mindestens ich weiß noch nicht so aufgeguckt dass ich eine neue maus kaufe aber ich weiß noch nicht was ich eigentlich kaufen muss weil die muss man eigentlich vor anfassen aber dann muss man irgendwo ganz woanders hinfahren wo man noch mäuse anfassen kann naja im zweifel halt einfach die du jetzt schon hast nee das geht nicht die gibt es schon seit jahren nicht mehr das habe ich die letzten 15 jahre so gemacht sonst hätte ich auch schon lange eine neue so ein ball unten drin nein das nicht aber es ist auch eine wo bekannt ist dass ich dieser doppelklick back herrscht und ich habe sie trotzdem viermal bestimmt gekauft eher fünfmal aber jetzt ist langsam vorbei sie wurde 2013 eingestellt kann ich dir sagen und als ich gelesen habe die wird eingestellt habe ich noch zwei gekauft damit die sind jetzt auch beide durch sie auch doppel geklickt das heißt es ist schon eine wichtige entscheidung im leben eines gamers welche maus man im her und die hat halt schon so eine leicht andere form wie viele andere mäuse ist damit das um die auf schlimm satellit satellit so endlich ist er vorbei er kann auch nicht mehr haben wir gehen ins jahr 20 24 raum kann sich daran erinnern ruft die feuerwehr das ist übrigens auch der passende aussage zum diesjährigen ist sieht im auftritt was soll ich dazu sagen jetzt meine einheit gebaut ich dagegen habe auch noch gar nichts gebaut von daher auch neu schnell unsere verbündeten werden angegriffen wir brauchen mehr mineralien die brut hat eine neue königin wir brauchen mehr mineralien anfang von ist denn speed durch man weiß nicht in der wall hallo so ist weiterlaufen kollege ist seine aufgabe werde ich mal langsam die walls oder gleich 80 weitere linge kommen die evolution hier ist gern im schwarmcluster ist eine neue königin geschlüpft wir brauchen mehr mineralien dafür kann ich kurz eben raus lassen uns fehlt energie man kann sich wieder reinstellen er ist auch hier nochmal wieder ein paar einheiten aber nicht viele dafür reicht die energie recht uns fehlt energie dafür reicht die energie nicht ja ich mach mal zu kurz oder irgendwas ist oben dessen obel und ist okay kannst du mit deinem work aus der wall raus ich hab eben voll gewalt das ist eine einheit dafür reicht die energie wir brauchen mehr mineralien geht nicht dafür brauchen wir mehr mineralien uns fehlen mineralien uns fehlt energie dafür reicht die energie das möchte ich noch haben wir brauchen mehr mineralien und das ist auch gut das gut wir brauchen mehr mineralien ganz gerne auch den aber mit abreißen ich bin der supply block und sagst du denn nichts da kam irgendwas nicht gesehen was nur dass irgendwas kommt er kann auch nicht weitermachen ein schuss noch also wie gesagt sagt da kommen einheiten auf uns zu ich hoffe du hast das diesmal endlich wahrgenommen wenn ich das sage wenn du das nicht zu hören dafür brauchen wir brauchen mehr overlords endlich fertig ich kann was ist denn hier los da sind sie doch wir brauchen mehr mineralien ich bin in der gasen er kommt viele viele linge gerade linge ja linge und wahrscheinlich andere gleich auch er wird hier durchbasten damit jetzt sicher nicht wenn ihr mir 11 eben lassen das ist in wenigen sekunden durch aber es wird trotzdem anstrengend sicherlich dafür fehlt uns das ist echt nicht wenig was da kommt ja und noch mal erwähnen da kommt gleich viel weil das ist jetzt oft nicht da passiert was also ich bin mir hier durch die dinge dann kommen sie denn jetzt das weiß ich leute da sind immer noch ganz viele einheiten über rennen aber ich muss eigentlich fast noch padronen baue ich habe nur 41 oder hast du mir ja eben dafür fehlt uns das ist viel explodiert wir leben aber noch einigermaßen in ordnung ich lebe weil du mein atem bist jetzt ungefähr hat aber immer noch viele lingbeiling gedöns hier ne also du siehst das hier alles übrigens ich wollte das nochmal erwähnen warum macht er das in deiner sicht will er sich provisieren das ist ein statement glaube ich uns fehlt energie unsere truppen werden in die mangel genommen das was hat mich da getötet hast du es gesehen zufällig das eine ist oder ich kann halt jetzt nur noch linke bauen gerade weil immer noch schon abgerissen hat man 9 im schwarzen cluster ist uns fehlen mineralien hat auch so fettmills wie heißen die gewappt auf läuft laufbänder lauf rad rad ist was anderes lauf wir brauchen mehr ich habe doch und crazy und so und das letzte der quasi letzte platte aus dem finale wenn man das eine linke zählen das ist deutlich besser als das hier also da waren alle geschockt dass es so schlecht war aber ich mache das kann überhaupt nicht weil ich hätte ja lieber damm digi die gehörte die idee sie sind wieder da ist auch banding aber die kommen nicht durch den arken vielleicht auch nicht so schlimm hat viele hydras habe ich das gefühl mehr als andere einheiten das sieht nicht gut aus würde ich sagen das würde ich unterschreiben werden angegriffen so und damit ist meine entscheidung auf die ganz zu gehen auf nicht storm sondern auf arkans gegen die beiden dinge in die hose gegangen ja hättest ja beides machen können aber du hattest halt auch 0 0 und ja 2 2 1 also ja upgrade schmupgrade ich war jetzt ja auch nicht gerade besser aber klar ich finde gerade zeigte das spiel wieder da Untertitelung des ZDF, 2020